Wir finden die Schule super, die Lehrer sind wahnsinnig sympathisch, es ist ein tolles Team, die Kinder fühlen sich sehr wohl, sie haben viele Freunde gefunden, es ist ein angenehmes Klima, es ist nicht zu laut, sie haben die Kinder gut unter Kontrolle, sie werden alle fair behandelt und von daher kommen wir weiterhin gerne, und unser Sohn auch.